Liebe Freundinnen und Freunde, schade, dass ich heute nicht bei dem Kongress der grünen Bürgerschaftsfraktion sein kann. Grüne deshalb, weil ich ja umbenannt habe von GAL in die grüne Bürgerschaftsfraktion. Ich wäre gern dabei gewesen und hätte gern die Ergebnisse gehört aus dem, was unter dem Motto Bewegt die Stadt alles gesammelt wurde. Ihr wisst allerdings auch, dass ihr damit natürlich Erwertungen geweckt habt und viele euch auch daran messen werden, inwiefern ihr das auch im Programm umsetzt. Mit der Verkehrspolitik habt ihr angefangen. Ich finde das klasse. Ich hoffe, dass viele Landesverbände dem Beispiel folgen und vor allem auch ihr in Hamburg auch andere Themen in Angriff nehmt. Und wir werden das als Bundespartei anschauen, auswerten und anderen Landesverbänden vorschlagen, dass man Ähnliches auch anderswo macht. Viel Erfolg und auf bald wieder.